Röfix bedeutet Zuhause. Heimat. Heimat ist dort, wo du wohnst und wo du dich zuhause fühlst. Die eigenen vier Wände bedeuten Heimat. Egal wo. In den eigenen Mauern will man sich wohlfühlen, Lärm und Gefahren draussen lassen. Da ist es wichtig, dass die Mauer nicht nur stabil sind, sondern auch Gemütlichkeit und Wärme vermitteln. Das ist der Rohstoff, mit dem Röfix seine Erfolgsgeschichte schreibt. Vom Abbau im Steinbruch bis zur Verarbeitung, alles kommt aus einer Hand. Im Werk beginnt die Umwandlung des Rohmaterials in die verschiedenen Röfix Produkte, vom Mauermörtel, Grundputz und Estrich bis hin zu Wärmedämmung und Farbe. Hier arbeiten Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit Hand in Hand. Natürlich arbeitet Röfix nach der Umweltzertifizierung ISO 14001. Der Bauherr ist sicher, immer das aktuellste Produkt zu bekommen. Sechs Standorte hat Röfix in Italien und ist damit ganz nahe am Kunden. Mehr als 200 Mitarbeiter stehen für den Leitgedanken, wohnen und arbeiten mit der Natur. Denn die mineralischen Rohstoffe schaffen das ideale Raumklima. Seit über 130 Jahren auf dem Markt und seit 1980 in Italien greifen wir auf die Erfahrung und die internationale Vernetzung der Fixit Holding zurück. Der Muttergesellschaft von Röfix. Regelmäßige Weiterbildung gehört dazu, damit die Kunden die neuesten Produkte bekommen und diese auch richtig anwenden, damit das gemeinsame Ziel erreicht wird. Denn darum geht es. Gemeinsam ein gemütliches Zuhause schaffen. Röfix.